Im Frühling, wo sich der Garten wieder das erste Mal breit macht, machen sich auch die ersten hungrigen Insekten an deinen schwachen Pflanzen zu schaffen. Wie zum Beispiel die Blattläuse. Warum sie gerade jetzt so aktiv sind, wie man sie wieder los wird und wie man sich vor ihnen schützen kann, das werden wir jetzt gemeinsam in dem heutigen Video durchgehen. Blattläuse sind kleine Insekten, die nur wenige Millimeter groß werden. Das genaue optische Erscheinungsbild kann dabei durchaus variieren, denn es gibt über 5000 Arten weltweit, die rot, braun, schwarz, aber auch unscheinbar grün sein können. Sie alle mögen aber junge Blätter und weiche Triebspitzen, da sie dort leichter an ihren Pflanzensaft kommen, den sie dann da absaugen. Der Großteil von dem Saft wird dann aber auch wiederum ausgeschieden, weshalb klebrige Blätter ein gutes Zeichen dafür sein können, dass die Pflanzen von Blattläusen befallen sind. Aber wie schlimm ist das eigentlich? Grundsätzlich ist in der Natur alles im Gleichgewicht. Ein leichter Befall schwächt zwar die Pflanzen, weil sie unter den Blattläusen etwas leiden, aber wer mit leicht reduzierten Erträgen leben kann, muss sich da keine Sorgen drum machen. Vermehrt sich die Blattläuse übermäßig, werden ihre Fressfeinde angelockt, sodass der Bestand gewissermaßen im Gleichgewicht gehalten wird. Ist das nicht der Fall, können sich die Blattläuse explosionsartig vermehren und zu einer richtigen Plage werden. Dazu kommt, dass zum Beispiel Ameisen und Honigbienen den ausgeschiedenen Honigtau der Blattläuse auch als Nahrungsquelle nutzen. Die Ameisen schützen diese dann sogar vor Fressfeinden wie dem Marienkäfer, sind also enge Verbündete der Blattläuse. Herrscht im Garten kein Gleichgewicht, was sehr schnell passieren kann. Hat man zum Beispiel zu wenig Libellen, die die Ameisenpopulation im Griff halten würden, diese schützen dann wiederum die Blattläuse, welche sich dann ungehindert vermehren können. Im landwirtschaftlichen Anbau kann das schnell größere wirtschaftliche Schäden verursachen, aber auch im Hobbybereich kann damit die eine oder andere Ernte an Nutzpflanzen ausbleiben, was nicht angenehm ist, wenn man viel Zeit in diese gesteckt hat. Die noch größeren Schäden entstehen aber durch übertragene Pflanzenviren, die häufig von Blattläusen übertragen werden. Bei den meisten Arten sind Blattläuse überwiegend ohne Flügel, aber sie haben da ganz spannende Mechanismen zum Generationswechsel, wo sie einfach mal Nachfolger mit Flügeln produzieren, welche sich dann auf den Weg machen, neue Pflanzen zu finden. Das kann auch teils dadurch ausgelöst werden, dass es auf der aktuellen Pflanze eine Überpopulation gibt, also wenn man das bemerkt, sollte man lieber eingreifen, bevor sie sich auf den Weg machen. Besonders bei befallenen Zimmerpflanzen kann das schnell problematisch werden, weil die Blattläuse im Haus auch gar nicht durch Fressfeinde zurückgehalten werden können. Aber wie können wir denn die Blattläuse wieder loswerden, wenn sie zu einem echten Problem geworden sind? Da gibt es gleich eine Vielzahl an möglichen Lösungsansätzen. Das Einfachste ist zum Beispiel eine Läusekolonie mit einem Gartenschlauch wegzuspülen. Dafür braucht man schon einen härteren Strahl und da sich die Läuse vorrangig an der Unterseite der Blätter befinden, sollte man diese auch da erwischen. Unter den anderen natürlichen Hausmitteln wäre das Ansetzen von schwarzem Tee oder Oregano-Brühe, mit dem man dann die Pflanzen besprüht. Auch Seifenkraut und Rheinfarm lassen sich so verarbeiten, wenn man auf die Insektizide verzichten möchte. Natürlich kann man auch die Fressfeinde der Blattläuse einsetzen und zum Beispiel Florfliegenfallen an den Pflanzen verteilen. Diese kann man bei uns im Shop kaufen und man bekommt dann so eine Tüte mit den Eiern der Florfliege. Sobald diese schlüpfen, machen sie sich auch schon auf die Suche. Eine Larve kann bis zu 500 Blattläuse aus der Welt schaffen. Da sie dort Larven sind, müssen diese auch per Fußweg an die Blattläuse kommen. Diese Methode ist besonders in geschlossenen Räumen wie bei Zimmerpflanzen und in Gewächshäusern nützlich, da diese sonst schwer erreichbar sind für die Nützlinge. Während die Florfliegenlarven aktiv sind, sollte man auch sechs Wochen lang auf weitere Pflanzenschutzmittel verzichten, da sie sonst auch die empfindlichen Larven bekämpfen könnten. Hast du einen Baum, der stärker von Blattläusen befallen ist, das haben wir auch schon mal in einem Ameisenloswerden-Video gezeigt, kann man ganz einfach einen Insektenleimring an der Rinde anbringen. Der sorgt dafür, dass die Ameisen nicht mehr auf den Baum hoch- und wieder runterkommen, sodass die Blattläuse ungeschützt sind und ihren Fressfeinden ausgesetzt sind. Wer etwas Intensiveres einsetzen möchte und keine Lust hat, sich selbst eigene Pflanzenschutzmittel zu brauen, kann auf ein solches Blattlaus-frei-Spray zurückgreifen, welches auch bei uns im Shop erhältlich ist. Dieses arbeitet mit dem Wirkstoff von Kali-Seife, ist also definitiv intensiver, zählt aber noch zu den umweltverträglicheren Insektiziden. Besonders hierbei ist, dass man das Mittel auch noch direkt vor der Ernte anwenden kann, weil die Kali-Seife deutlich weniger intensiv ist als industriell genutzte Insektizide. Dennoch sollte man bei der Anwendung schon deutlich vorsichtiger sein als bei den einfachen Florfliegen. Um aber auch langfristig dafür zu sorgen, dass der Garten frei von Blattläusen bleibt, sollte man seinen Garten dahingegen optimieren. Ich habe ja jetzt schon öfters über das Gleichgewicht im Garten gesprochen und das ist auch einer der wichtigsten Punkte hier. Versuch deinen Garten möglichst naturnah zu gestalten, also pflanze deine Stauen abwechslungsreich an und sorge für möglichst viel Vielfalt im Gemüsegarten. All das sorgt dafür, dass ein Gleichgewicht entsteht und auch die Fressfeinde der Blattläuse ihren Platz finden. Weiter kann man diese Nützlinge dann auch noch mit Nistmöglichkeiten fördern, wie Totholz, was irgendwo herumliegt oder man baut einfach Insektenhotels. Wenn du trotzdem noch stärkere Probleme mit den Blattläusen hast, eignet sich noch eine Austriebsspritzung bei den Obstbäumen. Sobald in den Knospen erste Blattspitzen zu sehen sind, wendet man ein Pflanzenschutzmittel an, um in dieser kritischen Phase gegen die Blattläuse vorzugehen. Das Mittel bekämpft dann auch die Eier, welche in den Rissen in der Rinde abgelegt wurden und die präventive Bekämpfung sorgt auch dafür, dass noch genug Zeit zur Ernte bleibt, damit die Wirkstoffe wieder komplett abgebaut werden. Ihr seht also, es gibt einige Möglichkeiten, um gegen Blattläuse vorzugehen und sich vor ihnen zu schützen. Welche genau man dann wählt, hängt natürlich von der Stärke des Befalls ab, aber auch davon, was man in seinem eigenen Garten ausbringen möchte. Aber das war dann auch schon alles, was ich euch zu Blattläusen erzählen kann. Hattet ihr schon mal welche oder habt ihr weitere Tipps, wie man sie wieder loswerden kann? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn ich euch helfen konnte, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben auf dem Video oder ein Abo auf dem Kanal freuen. Da findet ihr auch weitere Videos zu Schädlingen im Garten und wie man sie loswerden. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen blattlausfreien Tag. Genießt die Sonnenstrahlen. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ciao. Vielen Dank.